Ernsthaft? Da kommt mittlerweile Werbung? Oh nein... Nö, weil ich... ... aus der NETBOX heute... Hast du... hast du schon am Laufen oder was? Ja... Okay... Ich frag mich wer Gold D. Roger ist... Dann hol ich mir erst mal... Ach gut, dann hol ich mir keinen... Wodka... Nee... Wodka? Gold D. Roger stinkt... Trinkspiel? Ich höre... ich höre Trinkspiel... Oh, ich muss den Mund grad zu essen geben... Das ist glaub ich englisch, oder? Ist das jetzt englisch oder deutsch? Was ist es denn jetzt? Ist es englisch oder deutsch? Hallo... Leute... Ist es englisch oder ist es deutsch? Wer mal denn? Eli... Eli englisch oder deutsch, Mann? Ist es englisch oder ist es deutsch? Okay... Dinger willst du mich verarmen? Ja, saft... Was ist es denn? Aber altos... Ist es egal... Bissab sagt mir nix... Ist es... ist es jetzt englisch oder ist es jetzt deutsch? Es ist egal... Hä? Bei dem Wort ist es halt egal... Bei dem Wort ist es egal... Bei dem Wort ist es egal... Ja, aber nicht allgemein, Digge... Okay... Wenn es bei dem Wort egal ist, dann ist es nicht cheese... Achso... Warum redest du nicht Eli? Das verstehe ich auch nicht... Wahrscheinlich weil es bei dem einen Wort egal ist... Also was ist es denn jetzt? Oh... Hallo... Nix... Ist es jetzt englisch oder... Das... das sieht nach deutsch aus... Es ist englisch... Englisch? Ja... Kacke, Alter... Wer malt... Wer malt... Julian... Na, also dann ist das alles die irrene Wand... Alter, Julian, was soll das? Ich weiß ganz genau, dass das Wort nicht steht... Ich guck deine komischen Animes nicht... Ich weiß nicht, wer das ist... Ich auch nicht, Digge... Was soll das sein? Tote... 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 Tchauffa... Tchauffa... Was soll das, Julian? Mach mal anständig... Hä, das ist aber doch gar nicht schwarze Ne... Oh... Nein! Ach... Was hat der da, Alter? Alter, mit... Mit links zu tippen ist so scheiße... Ich schrick mich durch... Ist das geil? Oh Gott, Alter... Ist doch dumm... Ist aber scheiße... Ich wollte zuerst einfach schwarzen Egger schreiben, ne? Ich hab bei den Buchstaben... Alles klar, also der 90% davon ist einfach nicht Terminator... Ah, 100% davon sind nicht Terminator... Do the Chopper... Get to the Chopper... Ist doch nicht mal nur Terminator... War das nicht bei... Nee... Predator? Get to the Chopper... Ja, das ist Predator... Ja, ne? Der zweite war ganz gut, der Rest ist scheiße... Scheiß Actionfilm... Der zweite Terminator war ganz gut... Gut... Herz hat gut... Gut, Eli... Gut, Eli... Sehr gut... So... So, vielleicht, ja... Verdammt... Hatt... 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 Komm, mach doch englisch... Aua... Comedian... Müsst bedenken, ich muss mit links malen, ne? Okay? Das wird ja also alles nicht so dolle... Das sind schon fünf Buchstaben... Hatt zwei Sachen... Hatt mal, ja... Du, ich finde das... Hattel... Hattel... Alter, was ist das denn? Hattel... Hattel... Hey... Hattel... Mach mal mit links ne fucking Ninja-Maske, Alter. Yo, what? Ja, klar! Yo! Oh, ich war mit links noch schneller als Julian mit rechts. Ja, ich hab es... Sind wir jetzt auf Englisch oder nicht? Junge! Natürlich! Junge, merkst du was, oder? Die ganze Hirte waren schlecht. Hey, what the fuck? Aber... Ach, Butter. Stimmt. Oh nein. Fuck me. Hahaha. 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 Oh, kic. Ah. Ciao. Hahaha. 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 Das ist überaus wichtig, wer das mal... Wenn Jude nämlich mal... Kannst du den anfangen... Flaminator Rambo? Heute kann es nicht so genau sein. Was? Hahaha. Häääh? Häääh? Hahaha. 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 Leute... Häääh? Das war Cartman mit der Hand Das war's für Leute Burrito 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 TAKO TAKO BORRITO Niklas hat hier ein so ich hab Hä? Ah schaffst du Was? Was? Hä? Die besch... Warte Die 3 waren jetzt nicht so nice Der hat anscheinend gleichzeitig in alle Richtungen beschleunigt Ja, wow, der ist halt fast, weil er... Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ihr habt doch sogar hinten das Ende schon Lemonade Gernshaft Lemonade Das ist eigentlich original nen American Pie, aber... Fuck Nein! Yo! Da wo, yo! Sorry Ja, ich dachte Ja Ah fuck, Alter, da ist das nicht nur im Kopf No ketchup Raw Irgendwie hat die Reihenfolge keinen Sinn gemacht, oder? Alter Das Brötchen oben, da drauf Ketchup und so weiter und unten drunter die Bulette Alter, Alter Seit wann ist ne Wurst gelb? Sieht ungesund aus No ketchup Ich hab den Seitenwurst, ja Wow Fuck Du fixst mich in den Arsch während wir MTV gucken Geil Good old times, good old times Woah, what? What the fuck? Lol Alles klar Niklas Oh mein Gott Julian Oh nein, ich war erster, oder? Fuck nein, ich war erster Oh Gott Oh Gott, ich hab... Fabio, Fabio, du musst virtuell Julians Punkte zusammen zählen und auflisten, wenn das Video dann geeditet wird Ja bitte Es wird nämlich knapp mit dir Weil der Reed hat nämlich schon wieder gemacht, wie letztes Mal, wo er einfach rausgegangen ist Ich hab... ich hab... ich hab... ich hab... auf... auf der... auf der Tastatur hab ich links so komische... BOW-scheiß Shortcut Was ist das mit'n Controller? Hahahaha Hä, wie heißt das schon? Sieht aus wie so'n... Ja, ich hab' jetzt auch nicht rein, Alter Hahahaha Nein, nicht Julia Julian Julian Wer ist Julian? Warum machst du da so'n komischen Punkt, den Arsch? Oh, ich ein Nö, Julia Ich dachte, ich dachte, es soll Wickel oder so heißen Hä, das waren... das waren diese Kinnstriche, kennt ihr die nicht aus den Zeichnungen? Nein Dieses Arschkind Aus Comics und so weiter, haben die immer so... so Striche da unten am Kinn Ja, weil die seh'n nicht aus wie Pickel Ja, Junge, ich muss mit links malen, du... Äh... Das ist ein Penner Oh fuck Och, nee Nicht schon wieder Wie letztes Mal Es ist wie letztes Mal Oh Moritz Oh... ich hab' mich vertippt Es ist einfach wie letztes Mal, wo ich den Begriff selber sage Ach, wie hast' ich hätt' falsch geschrieben Mhhh... Oh... Home-less Er ist so home-less Die scheiß Müll-tonne Davo Ich hab' mich vertrie** geschrieben da wo soll ich sagen oder nicht du nein ich hab's ich kann nicht so schnell tippen mann so schnell kann doch keiner tippen unglaublich ich weiß nicht wer sich davon holen soll jetzt eigentlich nur schwerer aber gleich kommt der spektivisches zeichnen kann man so auslegen kann man so auslegen aber das kann doch Fingernagern sein ok ist das ein Kork? Mori 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 mate Mori ich habe einen Kork ich habe einen Kork, Mori ich habe einen Kork, Mori ich habe einen Kork was? hä? ach so hä? ach so was? das ist die Syndrome of a Down sag mir nicht mal schreit was so an ihr habt jetzt alle verschrien habt ihr euch alter Leute ey wie wird das denn richtig geschrieben? na Moment warte mal Mikite ey wo bist'n du? wer bist'n du? wie macht man denn so? ist halt echt so wie man spricht ja es ist wirklich so wie wahrscheinlich war das eh am ende nicht nicht verstummt ne ich hab das falsche zuerst ach goddammit was? ist aber nice ist aber nice best painting ever was? jetzt müsstet ihr es wirklich hinbekommen oben mit den hä? aber kanns doch einfacher machen würd ich sagen ja er hätt den Kreis drumrum machen können und dann drumherum alles alles gut oh mein Gott ja oh no haha wir müssen ein bisschen nachdenken Oseon bitch M.A.T.K vielleicht haha alles klar alles klar alles klar alles klar alter alles klar alter gut dass man das noch erraten kann dann ok horizon oh mein Gott war das das war ein das war ein das war ein Gott deshalb heute alle einfach ähm den horizon kann man nicht noch besser malen du hättest einfach den scheiß himmel rot malen und du hast das problem gelöst hihihi 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 danke Moritz das kann der ich Fabio auch wieder komplett rausschneiden goddamit soll das ein Judenstern sein nein ha ha ja hat ne andere Grenzen schusshunde hihihi hihihi alter niemals hihihi hihihi ja ja zweiter noch mit links ihr seid so flach ihr seid so scheiße ich wär erster gewesen aber ich bin einfach geistig hihihi 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 ist das nötig das wichtigste zuerst hihihi für die Umstände halt nicht ich verstehe die Umstände halt nicht hihihi hihihi was soll das sein echt jetzt seid ihr so scheiße ah ich hab's ne doch der Moritz hat's da wo auch passt ich hab Wrestling oh Gott ich hab ich hab als erstes oben Wrestling geschrieben das ist ein geiler Ring muss ich sagen Alter hör auf das mal boah ich kenn den Namen dafür nicht keine Ahnung alter ich weiß nicht im Ansatz was das sein soll soll das ne Wäscheleine sein oder was Alter was ist das hier hey warum macht der was ist das Alter oh ich hab absolut keine Ahnung was das sein soll null also irgendwas mit China das schau mal richtig oh 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 ich weiß was das is warum sage ich eigentlich immer das ist eine spagett das ist ein grüner PS auf dem Tablet mit dem roten Boden absolut nicht erkennbar download oh mein Gott du bist einfach ein Schmolte gerade Alter ich wuchte RESTAURANTE das sollte nie im Leben italienisch sein der macht ein Restaurant aber es soll ein Restaurant sein kann ich doch nicht erkennen alles klar die Anzeige ist raus fuck wie heißt das nochmal wow es hat gelegt ich schwöre ah keine Ahnung okay oh KARF SKARF was KARF nein Mann KARF oh Mann lol Alter warum ist das schon wieder gelb was äh schreibt man so was hä wie schreibt man das hä was oh lol der erste Buchstabe falsch Leon bei mir oh mein Gott man hat keine Ahnung dass man den Scheiß so schreibt keine Ahnung Alter wie schreibt man das oh mein Gott oh mein Gott schlong de dong eigentlich müsste es der Helikopter sein weil wenn es dann Hula Hula ich dachte auch Hula Hoop Hula Hoop Digger da wo oh Leute der hat dich hingeschrieben was kann ich dafür ähm der Moritz denkt sich nur so what wow echt nicht Moritz das war ja guck dir die Folge guck dir die Folge guck dir die Folge okay okay ja ja ich weiß was das ist aber ich weiß nicht welcher Teil davon nein 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 ich hab's immer nicht gecheckt ne doch nicht Digger Eli was denn hä wie heißt denn ich für real würde ich sagen dass ich warum nicht direkt so was soll das am Anfang sein 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 ich glaub Yuga miss gewonnen haben ich wollte KFC mal ja klar ich glaube wenn dann jetzt für den Explosion den 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 Untertitelung des ZDF, 2020